Wir machen heute den ersten Leistungsvergleich zwischen dem VX2 und VX2 Pro. Ihr wisst ja, der VX2 ist einer der stärksten E-Scooter auf dem gesamten Markt. Und deswegen sind wir sehr gespannt, inwieweit die Pro-Version dem normalen VX2 überlegen sein wird. Seid gespannt, denn ich habe hier einen wunderbaren neuen Anstieg. Wäre von euch nice, wenn ihr mal reinschreiben würdet, wie ihr ihn nennen würdet. Ich bin so ungefähr bei Duellberg zum Beispiel. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die sich schlagen werden, wie immer mit Live-Leistungsdaten und Co. In dem Sinne auf jeden Fall Kanal abonnieren und in Zukunft mit dabei sein. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ganz links seht ihr den normalen VX2, in der Mitte den VX2 Pro im Sportmodus und rechts den VX2 Pro im Eco-Modus. Und wie wir schon hier richtig gut erkennen können, ist der VX2 Pro im Eco-Modus bereits schneller und stärker als der normale VX2. Und das ist wirklich sehr beeindruckend, weil wenn ihr euch mal die Motorleistung anschaut, da sparen wir einiges an Energie. Und das sollte auch für den Reichweiten-Test in Zukunft wirklich einiges an Positives bewirken. Links sehen wir, VX2 bleibt stehen, schafft es nicht ganz den Berg hoch. Im Sportmodus ist er bereits fertig und hier sehen wir ihn nochmal im Eco-Modus. Und wie wir sehen, schafft das im Eco-Modus und das ist wirklich sehr beeindruckend. Wirklich sagen, dass der VX2 Pro einer der stärksten E-Scooter auf dem gesamten Markt ist. Denn selbst in seinem Eco-Modus hat er den Vorgänger besiegt und der Vorgänger gehörte bereits mit zu den stärksten Motoren auf dem Markt. Und ich denke, das spricht nicht nur für Leistungsfähigkeit, sondern auch Effizienz. Also da hat VMAX wirklich richtig einen rausgehauen. Wer sich für das Fahrzeug interessiert, gerne unten den Rabattcode in der Videobeschreibung nutzen. Und ansonsten kann ich euch nur sagen, abonniert den Kanal. Reichweiten-Tests kommen, Herkules-Tests kommt auch noch. Wie immer spannendes Material, auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Und wie immer sage ich an der Stelle, lasst einen Kommentar da. Drive long, feel free, meine Freunde. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Macht's gut.